Oh, die Wehren, die wir gesucht haben. Hey! Hallo, ihr Rehe. Wartet doch! Kommt wieder her! Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gern mit Wölfen zu tun hab. Hab keine Angst, ich will ja nur mit ihnen reden. Halt! Bleib stehen! Wegen diese drei, da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen, keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung, sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch! Ihr habt Angst, was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die Armrehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Tja, also... Hier sind das ganze Rudel. Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großerweißer war unser Anführer. Und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monaten ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wie ihr nicht, kleiner Mensch? Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Jakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe. Und wenn unsere Jäger euch entdecken, dann... Wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns? Er weicht immer weiter zurück. Das reicht, regt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, den sowas zu fragen? Allerdings. So ein Quatsch. Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Das ist keine gute... Nur bis zu den Schnee-Ebenen. Das reicht uns. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Donner. Und ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja, gut, das versprechen wir. Macht ihr keine Sorgen. Es wird nichts passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Jakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet! Doch nicht da lang. Folgt mir. Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von großer Weiße aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt. Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden. Ja, Kari hat recht. Wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Hohen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Großer Adler! Jakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine Ekle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schnee schon gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Jakari. Aber vor allem... Ja? ...pass gut auf dich auf! Was... was tust du? Lass das! Ah, ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Bären drin. Sowas krieg ich nicht runter. Sonst nichts. Schluss damit. Jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg! Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Jakari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Denn wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen! Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer! Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl! Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell! Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht. Du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber wenn Jakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Hm. Na gut. Dann begleiten wir als erstes Jakari und kleiner Donner zurück nach Hause. Wir begleiten dich nicht weiter, Jakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn. Oh nein. Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Leb wohl, Jakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey. Großer Weißer, du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Menschenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich hab keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Jakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donald, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner, ich sag dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja, aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Jakari und die Wapitis Hey, Duda. Das ist meine Birkenrinde, die du da knabberst. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früher überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Ja, gewonnen. Ja, gewonnen. Oh, ein Vapiti. Was für ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Vapiti-Freund, aber ich hab ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Vapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß. Und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken. Dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Ja! Jakari! Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich hab an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann? Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Hier, diese Rinde gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache. Und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. So stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich. Und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig. Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir, diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist tapferes Herz? Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter war Piti, der im letzten Winter verschwand. Stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo! Das ist Jakari. Er kann uns helfen. Uns kann nur tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte. Wenn er euer wahrer Anführer ist, na dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Jakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf! Geh mir sofort aus den Augen. Und du, zartes Gras, sofort zurück zur Herde. Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Wapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Lass mich nur machen. Wir werden unsere Freunde die Tiere befragen. Tapferes Herz? Nein, Jakari. Ich kenne keinen Wapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Wapiti Kai. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Koyoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Koyoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von tapferes Herz. In der Prärie gingen ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein. Jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Genau, Jakari. Man erzählt sich, tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Gleich gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es. Wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Jakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist Tapferes Herz. Genau dich suchen wir, tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auf später verschieben. Hör dir erst mal an, was Jakari dir zu sagen hat. Deine Herde, sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Ruf aus der Herde vertrieben. Und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Eine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras, was habe ich dir über meine Birkenrinde gesagt? Das wirst du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Takteres Herz, ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts, im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih. Jetzt kriegst du wohl Angst, was? Ich, ähm, ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gibst auf? Nein! Du Betrüger! Pass auf, papperes Herz! Jetzt! Ich stecke fest! Gut gemacht, Jakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helf dir doch hier raus, bitte. Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld, ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Vapetis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich find's toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald hab. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanse schuldig. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Lauf, kleiner Donner, schnell wieder winnen! Du bist der Allerschnellste! Juhu! Haha! Und ich kenne drei Wespen, die sich jetzt auch hingelegt haben. Du verstehst schon, Willi. Aber bestimmt nicht schlafen. Oh, nicht süß! Von wegen! Ihr Spargelhändchen! Und dabei war es richtig dunkel. Noch einmal. Oh! 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 Sieh mal, kleiner Donner. Da sind sie. Genau die Beeren, die wir gesucht haben. Hey! Äh, hallo, ihr Rehe. Wartet doch! Kommt wieder her! Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gern mit Wölfen zu tun habe. Hab keine Angst. Ich will ja nur mit ihnen reden. Halt! Bleib stehen! Gegen diese drei, da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen. Keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch. Ihr habt Angst, was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die Armrehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Tja, also... Wir sind das Ganze, Rudel. Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großer Weißer war unser Anführer. Und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monaten ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wie ihr nicht, kleiner Mensch? Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Jakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe und wenn unsere Jäger euch entdecken... Wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns? Er weicht immer weiter zurück. Das reicht. Legt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, ihn sowas zu fragen? Allerdings. So ein Quatsch. Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Das ist keine gute... Nur bis zu den Schnee-Ebenen. Das reicht uns. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Donner. Und ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja gut, das versprechen wir. Macht ihr keine Sorgen. Es wird nichts passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Jakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet! Doch nicht da lang. Folgt mir! Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von großer Weiße aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt. Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden! Ja, Kari hat recht. Wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Holen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Großer Adler! Jakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine Ekle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schneeschurm gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Jakari. Aber vor allem... Ja? Pass gut auf dich auf! Was? Was tust du? Lass das! Ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Bären drin. Sowas krieg ich nicht runter. Sonst nichts? Schluss damit. Jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg. Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Jakari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen. Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer! Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl! Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell! Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht. Du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber... Wenn Jakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, Feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Hm. Na gut. Dann begleiten wir als erstes Jakari und kleiner Donner zurück nach Hause. Ja. Wir begleiten dich nicht weiter, Jakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn. Oh nein. Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Ja. Lebe wohl, Jakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey! Großer Weißer, du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Männchenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich hab keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Jakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donald, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner, ich sagte dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja, aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Jakari und die Vapitis Hey, Duda, das ist meine Birkenrinde, die du da knapp hast. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früh überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Gewonnen! Oh, ein Vapiti. Was für ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Vapiti-Freund, aber ich hab ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Vapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß. Und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken. Dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Ja! Ja, Kari! Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer. Stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich hab an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann? Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Hier, diese Rinde gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache. Und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. So stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich. Und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig. Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist tapferes Herz? Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter war Piti, der im letzten Winter verschwand. Moment, stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo! Das ist Jakari. Er kann uns helfen. Uns kann nur tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte... Wenn er euer wahrer Anführer ist, na, dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Jakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf! Geh mir sofort aus den Augen. Und du zartes Gras! Sofort zurück zur Herde! Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Vapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Das nicht nur machen. Wir werden unsere Freunde die Tiere befragen. Äh, tapferes Herz? Nein, Jakari. Ich kenne keinen Vapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid, als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Vapiti-Kal. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Koyoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Koyoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von tapferes Herz. In der Prärie ging ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein, jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Genau, Jakari. Man erzählt sich, tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Vielleicht gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es, wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Jakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist tapferes Herz. Genau dich suchen wir tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auch später verschieben. Hör dir erst mal an, was Jakari dir zu sagen hat. Deine Herde. Sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Ruf aus der Herde vertrieben. Und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Meine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge. Ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras. Was habe ich dir über meine Birkenrinne gesagt? Das, was du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Papsteres Herz. Ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts. Im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih. Jetzt kriegst du wohl Angst, was? Ich, ähm, ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gehst auf? Nein! Du betrüger! Pass auf, Papsteres Herz! Jetzt! Ich stecke fest! Gut gemacht, Jakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helf dir doch hier raus, bitte. Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld. Ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Vapitis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich finde es toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald habe. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanche schuldig. Jetzt bin ich aber gespannt. Lauf, kleiner Donner! Schnell wieder Wind! Du bist der Allerschnellste! Juhu! Aus dem Weg, Jakari! Dieser Bär gehört mir! Nein, nimm den Bogen runter, stolze Wolke! Das hier ist der falsche Bär. Er ist wirklich ganz harmlos! Wir sind seiner Fährte gefolgt. Dieses wilde Monster ist der richtige. Jetzt mach Platz! Wo sind sie alle hin? Ich danke euch, ihr habt mir das Leben gerettet. Warum hast du denn plötzlich so schlechte Laune? Darum waren die Jäger hinter dir her. Naja, ich kann in meiner Höhle keinen Winterschlaf mehr halten. Es geht nicht. Immerzu dieser Lärm. Ich finde da keine Ruhe mehr und das macht mich verrückt. Und es kommt noch dazu, dass ab und zu so ein Ohren... Das kommt von da oben! Was macht er da? Wo will er denn hin? Sei vorsichtig, Jakari! Es muss von der Form kommen. Was hat das zu bedeuten? Nun beeil dich schon und fäll den Baum! Hallo, ihr Biber! Hallo, Jakari! Ihr macht also die ganze Zeit diesen Lärm. Hast du gesehen? Unser Bau ist leckgeschlagen. Bald ist alles voller Wasser. Da! Die ganze Nacht haben wir geschuftet. Wir müssen den Bau schnellstens wieder abdecken. Und trotzdem klappt es vielleicht nicht rechtzeitig. Wir sind einfach nicht genug. Ich werde euch ein bisschen Verstärkung holen. Ich habe die Lösung gefunden! Lauft außen herum und kommt hier hoch! Ihr seid also die Krachmacher gewesen. Ach, ich dachte schon, ich drehe durch. Ich bin untröstlich, aber wir mussten den Bau reparieren. Deine Höhle wäre auch völlig überschwemmt worden. Bis oben hin! Wenn wir uns zusammentun, schaffen wir es sicher ganz schnell. Dann kann der Schmächtige endlich seinen Winterschlaf halten. So, jetzt wird das Wasser nicht mehr in deine Höhle kommen. Das nenne ich mal eine wirklich gelungene Zusammenarbeit. Ich danke dir, Schmächtiger. Ich glaube, jetzt sind wir mal an der Reihe, dir einen Gefallen zu tun. Ach, kein Gluck-Gluck mehr. Und kein Tropf-Tropf. Endlich werde ich hier drin wieder in Ruhe schlafen können. Ich habe so ungeheuer gute Laune. Und das macht uns gute Laune. So, und jetzt schlaf recht schön Hinter dieser Wand ist er bestimmt sicher vor unseren Jägern Und vor der Kälte ist er auch geschützt Hast du's da auch schön? Hörst du mich, Mächtiger? Oder... Ja, Kari hatte recht Der Bär ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt Man könnte meinen, der Bär wäre eine Geistererscheinung Er hat bestimmt Angst bekommen und ist aus der Gegend verschwunden Tja, dann können wir endlich alle in Ruhe schlafen Das können wir auch, kleiner Donner Das haben wir uns verdient Folge der Spur Dein Jakari-Wochenende geht gleich weiter Was ist denn im Tigerentenclub los? Überall sind Federn Die Muster macht komische Geräusche Und im Publikum sitzen Indianer Stimmt, heute ist ja Jakari-Thementag bei uns im Tigerentenclub Es wird gesungen, getanzt und wie immer um den Sieg gekämpft Das Jakari-Musical zu Gast im Tigerentenclub Um kurz nach halb acht, hier bei Check 1 Die verschwundenen Fische Wegen des Gewitters habe ich heute Nacht kein Auge zugetan Aber was soll's Trotzdem werde ich heute garantiert mehr Fische fangen als du, Jakari Ich bin nämlich der beste Fischer des ganzen Stammes Ja wirklich? Sagst du sonst nicht immer, du wärst der beste Reiter des ganzen Stammes? Ja, das auch Was ist? Nimmst du die Herausforderung an? Erstmal versuchen wir genug fürs heutige Abendessen zu fangen Der Stamm zählt auf uns Sag mal, fällt dir hier nicht auch irgendwas auf, kleiner Dachs? Es ist nicht ein Geräusch zu hören, merkwürdig Was willst du von uns? Na, komm doch her Los, fang mich doch Grizzlybär Ich bin's, dein Freund Jakari Du hast sie mir gestohlen, gib sie wieder her Was meinst du denn? Was hab ich gestohlen? Na, die Fische Beruhig dich doch Gib mir meine Fische Ich habe deine Fische nicht, schau selbst Ich wollte nämlich selbst gerade fischen gehen Es ist einfach schrecklich, Jakari Ich finde hier im Fluss keine Fische mehr Was? Komm doch mit und sieh selbst Seit einiger Zeit ist hier schon kein Fisch mehr vorbeigekommen Ich dachte, ihr hättet sie alle weggefangen Das Wasser hat sich verändert, das ist ja seltsam Es riecht so streng, meinst du nicht auch? Du musst mir helfen, Jakari Ich hab schlimmen Hunger Keine Sorge, Grizzlybär Ich werde herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind Jakari Hä? Wir haben auch großen Hunger Seid still, ihr Otter Sonst muss ich von meinen großen Tatzen Gebrauch machen Ihr wartest, die die Fische gefangen haben Nein, wir haben die Fische nicht gefangen Du lügst doch Nein, du bist ja der Lügner Wir sind die Wahrheit Jetzt hat schon auf, beruhigt euch doch mal Hör zu Ich werde mich drum kümmern Es muss doch eine Erklärung dafür geben Lass uns dem Flusslauf folgen, kleiner Donner Hast du da nicht irgendwas vergessen? Äh Also, ich war etwas weiter oben fischen Ach ja Äh, ist der Grizzlybär jetzt eigentlich wieder weg? Äh, ja, der ist wieder abgehauen Der hatte wohl Angst vor uns Ja, vor allem vor dir Hey, wollen wir nicht lieber zurück ins Dorf reiten? Ja, gut Es ist kein einziger Fisch mehr da Das müssen wir dem Stamm sagen Ich komme später wieder und untersuche das Flussufer Wirklich schade, das mit den verschwundenen Fischen Ich hätte dir so gern gezeigt, wie man mit einer Angel umgeht Sonst gehen die Vorräte aus Die Jagd war dieses Jahr nicht besonders erfolgreich Bald haben wir nichts mehr zu essen Und Jakari sagt, dass es im Fluss nicht einen einzigen Fisch mehr gibt Das ist wirklich nicht normal Sonst gibt es um diese Jahreszeit immer Fische Ja, das ist wahr Ich mache mir Sorgen Das mit den Fischen ist für uns ganz genauso bedrohlich wie für die Tiere Wir dürfen keine Zeit verlieren, kleiner Donner Wir müssen herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind Also, die Strömung geht dort lang Wenn es in der Nähe unseres Dorfes keine Fische mehr gibt, heißt das Das Problem muss viel weiter oben liegen Sieh nur, kleiner Donner Wenn es hier oben noch Fische gibt, bedeutet das... Sie sind nicht verschwunden Irgendwas hindert sie daran, weiter zu schwimmen Ja, aber was? Um das rauszufinden, müssen wir umkehren Aber das wäre uns doch auf dem Weg aufgefallen Das ist ja das Merkwürdige Da war nichts Großer Antler! Ja, Kara Du tust wirklich sehr gut daran, dich um diesen Fluss zu kümmern Der für alle Lebewesen so wichtig ist Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus Ja, aber... Heißt das, ich soll noch mehr unternehmen? Du musst dafür sorgen, dass das Problem nicht wieder auftaucht, wenn du es gelöst hast Los, lass uns weiter reiten Wir müssen herausfinden, was Großer Adler meinte Hilfe! Hilf mir doch! Hä? Ich bin hier drüben, hier drüben! Das Flughörnchen! Du bist es, Jakari! Oh gut! Ja? Was ist denn nur passiert? Kannst du mir bitte helfen, Jakari? Ich bin hier am Baumstamm festgeklebt Wie konnte denn das passieren? Da ist etwas ganz Klebriges auf dem Boden Ich konnte mich losreißen Aber dann hatte ich es an den Pfoten und bin wieder festgeklebt Erklär mal genauer Das ist nicht weit Überzeug dich selbst Aber ich gehe da nicht wieder hin Danke, Jakari Macht's gut Reiten wir hin Ich gehe da nicht in den Pfoten Hey, riechst du das auf? Derselbe Geruch wie das Flusswasser Sieh mal da Gar kein Zweifel, es kommt von dort Müder Krieger? Oh, guten Tag, Jakari Was machst du denn da? Das hier sind die Kanus unseres Stammes Das siehst du doch Und ich repariere die Kanus mit diesem Harz hier Aber das will einfach nicht halten Das liegt daran, dass es regnet, Müder Krieger Bei Regen kann das nicht halten, da trocknet das Harz nicht Ach Jetzt verstehe ich, dein Harz läuft in den Fluss hinein Sieh nur, alles voll Müder Krieger bemerkt überhaupt nicht, dass das Harz nicht trocknet Und deshalb trägt er einfach immer noch mehr auf Darum werden auch die Fische aufgehalten Die Zweige haben sich verklebt und einen Staudamm gebildet Tritt beiseite, Jakari Ich mach das schon So ist's gut, kleiner Donner Jetzt kommen auch die Fische wieder durch Was hat großer Adler noch gesagt? Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus Ich weiß, wir müssen verhindern, dass das Harz weiter in den Fluss läuft Ich hab eine Idee Kleiner Donner, du musst mir helfen Wir müssen die Kanus irgendwo unterstellen, damit sie richtig trocknen können Dann wird auch kein Harz mehr in den Fluss laufen Wenn das so weitergeht, wird das ziemlich lange dauern Wenn wir Müder Krieger um Hilfe bitten, dauert's noch viel länger Wir bräuchten jemanden, der so richtig stark ist Redet ihr da etwa von mir? Grizzlybär! Lass mich nur machen, Jakari Oh, Jakari, du bist ja immer noch da Äh, ja, ja Na gut Jakari, durch den vielen Regen läuft das Harzbecken über Wir müssen das Harz irgendwie umleiten, damit es nicht in den Fluss läuft Ich hab's, wir müssen einen Graben bauen Na, das ist eine Aufgabe für uns Danke, nett von euch Wir sind vielleicht nicht so stark, aber graben können wir Auf geht's, Kollegen Na los! Wuddeln, 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 Wuddeln Armer Jakari Geschafft Schon bald wird es in diesem Fluss wieder vor Fischen wimmeln Komm, kleiner Donner Wir reiten jetzt heim und überbringen dem Dorf die frohe Botschaft Auf Wiedersehen, Jakari Mach's gut, Jakari Auf Wiedersehen Oh, Jakari Hast du meine Kanus gesehen? Die müssen repariert werden Die hab ich gleich dort drüben untergestellt Ach so Damit du beim Arbeiten nicht mehr so nass wirst Ah, ja, ist gut Lass dir ruhig etwas Zeit bei der Arbeit Wenn du die Kanus richtig trocknen lässt, wirst du sehen, dass das Harz auch hält Ah, ja, ist gut Dann war es also gar nicht nötig, dass ich mich so beeilt habe Wie wär's, wenn wir kleiner Dachs eine Runde Wettfischen vorschlagen? Was meinst du, kleiner Donner? Gute Idee Besonders für unser Freund, der Grizzlybär, jetzt viel entspannter sein dürfte Der Schatten des Riesen Hey, Huma, geh weg! Wieso denn das? Warte, Puma! Warum hast du ihn verscheucht? Er hat mir nichts getan Das war ein Puma-Regenbogen Ich kenne die Pumas genauso gut wie du, Jakari Ich bekomme die Pumas genauso gut sch affili까지 Bis zum nächsten Mal